Ohne Überwachungskameras hätten wir nie gefasst, ohne Überwachungskameras, ohne Überwachungskameras. Ohne Überwachungskameras hätten wir es nie geschafft, ohne Überwachungskameras, mit Überwachungskameras oben ohne, auch im Hirn, da-dü, da-da, die Feuerwehr ist da und verbrennt Bücher, so ist es. Weil mitunter mit Überwachungskameras kann man nicht lesen, kann auch sein. Ok, dann wir noch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020